Mittlerweile sind wir in der Mitte des Monats Juli angekommen und können schon auf ein paar extrem heiße Tage zurückblicken. Wenn das so weitergeht, müssen wir uns in Deutschland auch angewöhnen, eine Siesta zu machen und eher die Abendstunden genießen. Und damit Sie in der wohlverdienten Pause im hoffentlich kühlen Wohnzimmer gut unterhalten werden, bieten wir Ihnen bei Anixa wieder eine abwechslungsreiche Filmauswahl. Neben den Spielfilm- und Herzfilmformaten haben wir zwei Odies im Programm, bei denen es um Zwillinge geht. Einen der beiden Filme stelle ich Ihnen kurz vor. Die Zwillingsschwestern aus Tirol ist ein deutsch-österreichischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1992. Der Gastwirt Franz Gmeiner möchte in dem kleinen Tiroler Skiort Reit eine Seilbahn errichten lassen, um mehr Touristen in die Gegend zu locken. Dazu benötigt er aber die finanzielle Unterstützung der Hotelbesitzerin Moser. Da diese sich sträubt, will Gmeiner seine Tochter Rosi kurzerhand mit Mosers Neffen, dem Playboy Bibi, verheiraten. Dummerweise hat Rosi daran überhaupt kein Interesse. Die Zwillingsschwestern aus Tirol ist übrigens ein Serienspecial der achtheiligen Familienserie Almenrausch und Pulverschnee. Der andere Zwillings-Oldie ist mindestens genauso amüsant. Jetzt brauchen sie nur noch ihre Fernbedienung, um in die Welt von Anixa einzutauchen und ihren Wunschfilm auszuwählen. Den gelben Knopf drücken Sie immer, sobald Sie einen Anixa-Banner sehen und den roten, um unsere Mediathek zu nutzen. Entspannen Sie sich unterhaltsam mit Anixa!